ich meine die questen sind doch erst ab 100 oder nicht nostalgie auf course ich will mir das abklatschen ja so massen server mag ich ehrlich gesagt auch nicht ganz ehrlich und ich mag es auch nicht wenn jeder jeder wirklich jeder schon voll mit sans rumrennt das ist genauso als wenn ich eine ganz normale waffe hätte mit plus fünf rüstung das ist genau das gleiche mein wir kommen gar nicht rein wir sind zu low level really low level und es baut auch kein und nicht ne wie gesagt probiert euch probiert den server der macht richtig fern ihr kriegt starter items und weitern weil ich mache auch gerne werbung dafür ich bin auch die tiger girl war da ist mir noch du wichser ja ich renne mal einfach zur anderen seite ach so das soll die flagge sein da müssen wir hin also wie gesagt der server ist nice wirklich nice ich spiele auf dem server weil er mir wirklich gefällt wisst ihr was ich meine er gefällt mir er ist alles dass das alles drin was ich was mir gefällt ich denke mal dass wir hier auch nicht reinkommen dass vielleicht hier der der level ein dass hier vielleicht der eingang zum die tiefs ist nevada nevada auch gut level ne und was du sagst doch ich parenting es wäre dass ich ich glaube ich weiß 105 105 ich glaube ich weiß ich weiß das nicht es w 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 Dani bin mir nicht sicher wenn er mir sagt dass level ein level schon zu low ist wir haben nur noch noch 20 minuten 1 22 minuten ist mit unserer stadt ich würde gerne mal medusa klatschen gehen ehrlich leute die muss geklatscht werden durch machen wir jetzt noch mal eine partie heute wird auf jeden fall meines wort auf plus 11 versucht plus 11 das heißt ist plus 15 müssen wir die machen in adv adv ist wie ach warte mal ja wir haben noch 20 minuten wir können in der zeit in der zeit brauchen wir brauchen viel mehr nein nicht ach das ja wir brauchen auf jeden fall 100 erstmal nein in bläht nein so wo ist mein lucky du es lucky du es auf course so was war jetzt das noch mal silo moon muss plus fünf sein damit wir ein adv b bekommen war also so war bei ich bin ein großer großer fan kannst du mir helfen not on stream ich level ich tue kein power level machen leute solange ich streame weil das ist ein bisschen blöde weil wenn ich streame will ich auch zocken und nicht power level okay seid mir nicht böse after stream after stream i do that yes i can power leveling but not in stream sorry mach global make globals uh people will help you pm for you yeah schreib smirnofan schreib smirnofan schreib smirnofan wir suchen leute so was wollte ich denn jetzt wollten pimpen gehen ich glaube adv b brauchst du plus fünf die waffe muss glaube ich plus sieben sein wieso kann ich nicht in meine party rein warum kannst du nicht in meine party rein warum nicht keine ahnung keine ahnung warum kann er nicht in meine party rein warum kann er nicht in meine party rein vielleicht bist du zu low kann ich auch nicht ach ich hab nur 100 genommen ok fuck off let's make let's make plus five yeah plus one hi i'm ratko hi i'm eri and this is limit beats and this is uh it's me jatan oh come on oh come on So, was haben wir? Plus zwei. Oh, plus zwei. So, plus drei. Fuck you. Fuck you. Ich will Medusa heute klatschen. Was macht ihr freitags? Geht ihr Partys machen oder was? Oder saufen oder so? Nein. Ich bleib gerne zu Hause und streame für euch. Nix Party machen. Geht plus drei, jetzt geht's du plus vier. Go plus four, go plus four, go plus four. Yeah, yeah. Fuck you. Oh, fuck you. Giveaways. I will make giveaways next stream. I think next stream will be maybe tomorrow, maybe Sunday. I don't know. But I want more. Make more stream. I try to make every, every day. I try it really. Wo sind denn alle? Mit Freundinnen kuscheln oder was? Nix da. Nix da. Beiseite, Ski. Sagen mal, man hat keine Zeit heute. Ah, wir kriegen keine plus vier hin. Wir kriegen keine plus vier hin. Wir sind ein bisschen zum Kotzen, aber wir kriegen schon plus fünf. Wir kriegen schon unsere plus fünf. Was brauchen wir jetzt dafür? Hier, Alchemy, Destroyer Rondo. Ja? Ist es so? Destroyer Rondo. So, I think it... Okay. Let's try to get... Seal of Moon plus five. Let's try. Let's look. I hope. I hope. Yes. Yes! Get it. B-Class. Nice. Level... Level 11? Tobi bei seinen Cousin, Marc bei Freundin, Stein am Pendeln, Leo feiern, Produx auf Party. Könnte man eigentlich bei meinem Seal of Moon reintun? Gament. Oder? Was meint ihr? Oder sparen, bis Seal of Sun irgendwann kommt? Hm. Da weiß man gar nicht, ne? So, Leute, es gibt da einen Trick, ja? Pass auf, es gibt die Stones, wenn ihr Sachen destroyed, ja? Es gibt Stones, die haben dann 35%, 20, 10 und 0%, ja? Aber ihr kriegt immer welche mit Prozent. Äh, ihr habt ja hier ein Magic, ja? Der hat 35%. So, dann suchen wir den anderen Magic. Wo ist der? Hä? So, das ist der hier. Der hat aber 0% unten. Das heißt also, 0%, wenn ihr am Fusion seid, wird sich an euren Stats nichts ändern. Gar nichts mehr. Aber dafür besteht die Chance, dass die Stats hochgehen, ja? Also quasi 80%, 100%, 61% und so weiter. Bei 0% braucht ihr, braucht ihr schon etwas länger, bis ihr mal auf 80% seid. Aber ihr kriegt's auch irgendwann. Bei 5, also quasi bei den 35er Prozent, ja. So, jetzt müsst ihr aber, damit es auch, damit dieser Stone auf 0% ist, wenn ihr das so haben wollt, müsst ihr den anklicken und auf die 109, auf den 0% Stoner klicken. Wenn ich mich jetzt nicht irre, bam, dann habt ihr 110 und der Stone ist auf 0%. Checkt ihr? Merkt euch das. Merkt euch das wirklich. Das hat mir hier einer von den Guildenmasters gesagt. Gib mir mal einen Stone mit 0%. Wofür? Wie sich mal dahinter gekommen bin. So, hier das gleiche. 0%, 35%. Wir wollen aber kein 35er Prozent Stone. Packen wir den in den Nuller rein. Also in den 0%, ja? Use it in the 0%. So, Fokus, 10%. Nope. Where's Fokus? Fokus here. So. 137, 138, 0%. Nice. So müsst ihr das machen, Leute. So müsst ihr das machen. So, wir haben hier ein paar, ein, zwei da rein. Eke, wir da reinpacken, den packen wir da rein. 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, da rein. So. 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 Sieht doch gut aus, oder? Jetzt ernsthaft? Ich geh doch jetzt nicht alleine mit Dusa knallen. Ah ja, ah ja. Er geht dir jetzt knallen. Ah ja, ah ja. Was geil wäre, neue Dresses. Obwohl, ich sag mal so. Aber mit der Zeit. So, lag mal, ich finde die Server alles auf einmal.